ja leute was geht und es geht weiter mit der search mit mir den pirates ja übrigens ich habe eigentlich nur eine sache vergessen können wir jetzt mal machen denn wir haben immer gar nicht geredet tut gut ich zu sehen und hast du mir nicht denkst ich vergesse hatte ich dir schulde hab das hier gefunden ist 1 wenn du willst hilft dir vielleicht nicht danke hast du davy getroffen ja kann nicht behaupten dadurch den mark wollte dass ich sein medikamenten tüch besorgt klar habe ich nie gesagt man war der sauer der ist bekloppt als ich dachte wenn er denkt hat ich wieder daraus gehen irgendwelche schwierigkeiten unterwegs hier hier nee war ja um die ecke und ich habe einen kopf unten behalten das schlimmste sollte jetzt vorbei sein nicht pass auf dich okay hast du es wohl eilig na sicher das schlimmste schon vorbei ja 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 Na gut Jaja Überleg ich mir noch Gut Ähm Der klappt da unten rum Lassen wir auch mal Wir gehen jetzt einmal weiter Brüchen wir noch ein bisschen Altmetall Da halt um Und das ist irgendwie doof Dass man das nicht allgemein speichern kann So Ich weiß nicht wie das allgemeine Gameplay funktioniert Mal klären wir es jetzt mal Das wäre dumm Jetzt haben wir eine Spielsteuer Jetzt müssen wir es Ja muss ich auch ein bisschen den Weg gehen ein bisschen hier ist nichts böses fürchterliche verfassung aber er schien zu wissen was er tat war auf dem weg richtung vorstandsebene vielleicht hätte ich hingehen sollen wie sie gesagt hat vielleicht alles kann ja zu stören ja gut dann kommen wir mal zu stunden vorhin mehr und alles wir haben schon viel dann lass doch mal kurz zurückgehen wir müssen ja nicht energie hoffen aber wir können dann kurz mk2 aus der kettensäge machen das wäre gar nicht mal so übel dann könnte ein bisschen bisschen zu hauen weil rüstungswert ist ja in ordnung nicht aber naja kann man machen so ich glaube solltest du nicht an deinem arbeitsplatz sein ich glaube das neue ja genau jetzt kann ich noch aufwerten ach so es ist für alles altmetall jetzt hier tausend 81 und hier so mk2 sehr schön also hätte er bestimmt derzeit wieder natürlich wahren und unsere kaum kommen wir mal auslösen ist ein gutes schwarzes kaninchen dafür hat er hat ja meine mk2 auf die sprache verschlagen endlich mal wieder ein finisher hier so wie es sich gehört ein finisher in der vorschrift gut ich habe mir zu wenig ausdauer und ich zu müssen es ist meine meinung so okay dann müssen wir uns mal gucken wo ist denn vielleicht wenn ich sie abtrennen wieder was was wir weh 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 au ich glaube du magst du nicht das bringt nichts wofür zum teufel habe ich euch in stücke gehackt ja und zwar für körper und geist krio ist mehr als neuer hier seid ihr daheim doch ihr wollt mehr oder warum viel geld für fitness und spa studios ausgeben wenn krio die besten einrichtungen gleich hier hat und was den urlaub angeht was wenn ich euch sage den gibt es hier jede woche richtig mit krios dream tour system kurz dts bereist ihr jeden ort auf der welt und darüber hinaus dts wird direkt in euer neuronales interface gespeist und voila ihr seid am strand von rio oder mardi gras in new orleans etwas mehr kultur wie wäre ein spaziergang an der seine im schönen paris oder was ist mit einem besuch im kolosseum auf der höhe des römischen reiches ganz genau dts erfüllt pfff yo ich hab mir gerade was angeguckt du kannst dich an du arschloch in weniger als einer stunde mit dts oh wohin ihr auch wollt was immer ihr auch tun ist nur ein neuer fern wenn man so viel haben kann der gegner ist umfärbt die körper und geist hier seid ihr daheim doch ihr wollt mehr oder warum viel geld für fitness und spa studios ausgeben wenn krio die besten einrichtungen gleich hier hat aber schon da genau du kannst dich gleich verpissen ich schwöre ich hey du bist normal oder jedenfalls halbwegs das hast du erst dachte ich du wärst einer dieser psychos denn heute schon in ein dutzend von denen reingelaufen irgendwie gerate ich immer an die falschen typen also willst du mir verraten wer du bist du denkst ich geb jedem dahergelaufenen typen meine nummer sorry konnte nicht widerstehen ich bin irina gelernte ingenieurin und wie es aussieht geborene überlebenskünstlerin genau wie ich suchst du irgendwas wir sind neugierig wie bin nur dabei was zu finden das mir hilft ein bisschen länger am leben zu bleiben einen guten stab einen der nicht gerade auseinander fällt für den unwahrscheinlichen fall dass jemand eine gute tracht prügel braucht ich denke ich hab was du brauchst dieser satz ist normalerweise das vorspiel zur enttäuschung aber hey ich bin für alles offen zeig her was du hast was ist mit diesem rohr gut genug wohl kaum hoffe bloß das war nicht dein ganzes arsenal ich will nicht dass du dich verletzt okay vielleicht habe ich dir zu viel versprochen tut mir leid dich hängen zu lassen enttäuschungen gehören zum leben hast du eine idee was hier vorgeht ja dieser laden hat es endlich geschafft uns den letzten funken menschlichkeit auszubrennen aber vermutlich sind wir die glücklichen sind nicht tot umgefallen es sitzen noch alle schrauben fest zumindest noch also was soll das mit dem stab und allem könnte dich das gleiche fragen rumsitzen und däumchen drehen ist einfach nicht unser stil denke ich ich konnte diese schmelzroboter nie ausstehen hatte immer ein auge auf die sogar vor diesem scheiß hier wird zeit ihren notstopp zu drücken und sie endlich zu verschrotten ich sollte jetzt besser los und gerade als wir anfangen uns kennenzulernen hey solltest du mir nicht einen stab besorgen ich sollte jetzt besser los und gerade als wir anfangen uns kennenzulernen ok du willst einen stab der andere medikamente ja hier kommt die musik raus ok etwas mehr kultur wie wäre ein spaziergang an dessen im schönen paris oder was ist mit einem besuch im kolosseum auf der höhe des römischen reiches ganz genau ja ja wieso was mach ich denn versteckt wir sind hier Ah, eine Legende. Zusammen können wir das schaffen. Okay. Ja gut, da geht's auch noch weiter, das hab ich gesehen. Dann gehst mir hier lang. Gegner kenn ich. Ja gut, da geht's. Okay, der Da geht's, der Da geht's. Ich weiß es auch scheiße, ich hab's. Wir haben sie auch nicht. Ich hab's hier gesehen, oder? Ja. Das ist auch scheiße, ich hab's. Da hat's die Daumen. Ich hab's hier. Hier ist auch scheiße. Der Daumen nach vorne. Der Daumen nach oben hat der Daumen. Ich hab's hier dran. gut ja okay wir haben doch noch mal hat der denn da eben entstand das sind ja da das arschloch hat das denn ist mehr als neun noch kann man wieder was ist sondern ja geil okay na gut egal bei 19 27 ist ja nicht ganz so schlimm aber gut dafür dass wir einen kleinen cut setzen am nächsten mal wieder weiter machen aber gut die sind ja noch erhältlich naja die sind ja noch erhältlich dann bis zum nächsten mal haut rein tschüss bis dann